Zunächst ist er ein Akzent. Ein sehr starker französischer Akzent, der die Deutschen sicher amüsieren wird. Ich mag dieses moderne, minimalistische Art Musik zu machen. Einige Zuschauer wissen vielleicht schon, von wem ich rede. Na klar, es handelt sich um Stereo Total, die Berliner Band, die so etwas wie Elektro-Pop-Underground-Musik macht. Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, hier ein Ausschnitt. Stereo Total ist also ein deutsch-französisches Paar, auf der Bühne wie im Leben. Die Sängerin ist Französin und hört auf den Namen Françoise Cactus, nach einem bekannten Lied von Jacques Dutron. An ihrer Seite ein Deutscher mit einem noch seltsameren Künstlernamen, Brezel Göring. Naja, immerhin ist das kürzer als Hartmut Richard Friedrich Ziegler, sein eigentlicher Name. Hartmut, pardon, Brezel, suchte einen Künstlernamen, der lächerlich und erschreckend zugleich war. Also Brezel für den lächerlichen Teil und Göring für den erschreckenden, nach dem Nazi-Kriegsverbrecher Hermann Göring. Nun, liebe Karambolage-Zuschauer, es handelt sich hier natürlich um eine ganz bewusste Provokation. Denn solche Künstlernamen waren im Punkrock der 80er Jahre Gang und Gäbe. Gut, wie trifft jetzt aber ein Kaktus auf eine Brezel? Geboren in einem kleinen Dorf im Burgund, zieht es Françoise in die weite Welt und so kommt sie in den 80er Jahren in Berlin an. In der pulsierenden Stadt mit ihrer einzigartigen Underground-Szene gründet die Französin eine Band, die vom französischen Chanson beeinflusst ist. Erst nach dem Mauerfall kreuzen sich die Wege von Brezel und Françoise, genauer gesagt im Jahr 1992. Brezel macht damals elektronische Musik und spielt in einer experimentellen Band namens Sigmund Freud Experience. Beim Einkaufen in seinem Kiez in Kreuzberg erblickt er eines Tages eine Französin mit langen Beinen und einem unverwechselbaren Lachen. Das ist der Beginn einer wunderschönen Liebesgeschichte, aber auch der einer Musikband, die ihresgleichen sucht, genannt Stereo Total. Jenseits vom Mainstream-Pop ist ihre Musik deutsch-französische Freundschaft schlechthin. Von Brezel kommen New Wave-Elemente, während die Lieder von Françoise, meist in deutscher Sprache, aber mit einem gepflegten französischen Akzent, Melodien aus dem französischen Chanson verwenden. Der Akzent von Françoise gibt den nicht immer politisch korrekten Texten eine ironische Brechung. Zur Freude ihrer Fans von den USA bis Japan, von Australien bis Mexiko und nicht zuletzt in Frankreich, auch wenn das Gros ihrer Anhänger Deutsch ist. Karambolage hat die beiden getroffen. Oh, ich spreche gerne Deutsch. Ich schreibe sogar Deutsch. Ich habe ja schon sechs Bücher auf Deutsch geschrieben. Also, ich habe zwar einen fürchterlichen Akzent, aber das kann ich nicht abstellen. Nein, nein, Deutsch gefällt mir sehr gut als Sprache. Ich finde auch, dass Deutsch überhaupt nicht hart klingt, wie man sagt. Also, es gibt diesen Vorurteil, besonders in Frankreich, die denken, dass Deutsch hart klingt. Aber das liegt daran, dass sie früher all diese schrecklichen Kriegsfilme hatten, wo es böse Nazis gab. Die haben alle nur immer geschrien so, Achtung, Blah, Blah, so. Und dann denken sie, das klingt hart. Die Sprache gefällt mir auch, amüsiert mich auch. Auch dieses Ding, diese Konstruktionen. Man kann eigentlich ein Wort machen, drei Zeilen lang, wenn man will. Mit so einem Schachtelprinzip und so, das ist ja perfekt. Praktisch. Ja, also, weil es wirklich ein Zungenbrecher ist für Franzosen, das ist das Wort Eichhörnchen. Denn da gibt es gleich drei Schwierigkeiten in einem einzigen Wort. Also, dieses ch, dieses weiche ch, was wir nicht haben in Französischem. Und dann dieses ha, es war sowieso sehr schwer für mich, das ha mit Luft zu lernen. Wir hatten in der Schule eine Deutschlehrerin, die hat uns bei den ersten Stunden, wollte sie uns noch beibringen, wie man sagt, der Hund. Also, saßen sie alle da und hatten sie die Hand vor den Mund und müssten sie immer machen. Der Hund. Aber die Luft spüren auf unserer Hand und das ging so wohnenlang. Das war richtig entmutigend, um eine Sprache zu lernen. Das gefällt mir sehr gut, wie Franzosen sich Mühe geben, auch immer das Haar auszusprechen und das oft auch an Stellen setzen, wo es gar nicht hingehört. Also, Hamsterdam hat einen Affen oder wie viel Hur ist es? Ja, stimmt. Wenn man das gelernt hat, dann ist es wiederum sehr schwer, das abzustellen. Zum Beispiel, wenn ich mich verabschiede, dann sage ich, ja, macht's gut und gehe. Und bei Franzosen, die gehen durch den ganzen Raum, umarmen alle, fangen bei der Gelegenheit auch nochmal neue Gespräche an. Oder es gibt vielleicht auch so den Druck, dass man sich jetzt längere Zeit nicht mehr sieht, da flammt das nochmal so richtig auf. Das heißt, so eine Verabschiedung ist im Grunde genommen Sache von einer Dreiviertelstunde. Ja, das stimmt. Und oftmals, wenn man sich dann verabschiedet hat, hat man schon wieder vergessen, dass man eigentlich gehen wollte. Also, es ist eigentlich was sehr Geselliges und was Schönes, aber ich würde mir sagen, ich würde mir sagen, schon ist mir sehr fremd. Wenn ich nach Frankreich fahre, ich bringe immer ein paar Dinge mit. Ja, da sind zum Beispiel wirklich diese kleinen, das sieht aus wie Aspirin mit Vitamin C, aber das sind eigentlich so kleine Dinger, die kann man einfach ins Klo werfen oder in die Waschmaschine. Die sind mit Eau de Javel und das ist perfekt, wenn man zum Beispiel ein superweißes Hemd hatte und jetzt sieht das ein bisschen grau aus, platscht das in die Waschmaschine, dann ist das wieder knallweiß. Das ist, glaube ich, ein sehr, das ist nicht gut für die Umwelt, aber das ist einfach das perfekte Ding zum Klinen. Aber Opinel ist natürlich auch wirklich mit dem Messer, dass du erst eine ganze Sammlung davon hast. Ah ja, Opinel. In der Küche immer, ich kann nichts schneiden, ich habe kein Opinel. Ne, ne, Opinel, ja, auf jeden Fall. Ohne Opinel kann ich überhaupt nicht gehören, weil ich habe Angst mit diesen riesen Dingern. Die einzigen Dingern, die hier schneiden, sind gleich so Waffen. Da habe ich Angst, mir einen Finger abzuschnippeln, dann finde ich diese Opinel perfekt. Und ich reg mich total auf, wenn Brezel sie wäscht und sie trocknen lässt, dann rösten sie. Das ist nämlich so ein ganz ursprüngliches Apparat, dieses Opinel. Man darf sie überhaupt nicht reinigen. Man muss sie nur irgendwie abwischen und wenn die richtig dreckig sind, dann nimmt man ein Stück Papier oder so und macht man Olivenöl und treibt so, aber sie dürfen nicht gewaschen werden und dann so trocknen in der Luft. Dann rösten sie, dann schneiden sie nicht mehr, dann sind sie ekelhaft. Diese Dinger wäscht man nicht, fertig, so ist eine Opinel. Das ist auch nicht so schlimm, aber ja. Also ich habe mal einen Gegenstand in meinem Bett entdeckt, den ich da nie vermutet hätte. Und das beruht auf so einem französischen Aberglauben, dass wenn man so ein Stück Marseille-Seife in seinem Bett hat, dass einen das vor Krämpfen in der Nacht bewahrt. Das ist kein Aberglauben, das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich meine, für einen Französischen ist es unmöglich, ohne Savon de Marseille, Marseille-Seife zu leben sowieso. Auch nicht ohne Eau de Javel, das haben die auch nicht hier in Deutschland, das ist schrecklich. Aber einfach Savon de Marseille, das ist genial. Um zu vermeiden, dass man schreckliche Wadenkrämpfe bekommt mitten in der Nacht und quasi aus dem Bett springen muss und rumhüpfen muss, gibt es diesen Tipp. Das habe ich bekommen von den Freundinnen meiner Mutter, die haben so eine Art lustige Witwenklub. Die packen sich alle Marseille-Seife in das Bett. Aber ich habe es recherchiert und das stimmt wirklich, das ist wissenschaftlich bewiesen. Da fließt aus, da strömt aus dieser Seife irgendwas, ich habe jetzt vergessen, was das von Zeugs ist, was verhindert, dass man Krämpfe bekommt, also es ist perfekt. Man wacht natürlich nachts öfter auf, wenn dieses dicke Seifenstück auf den Boden knallt. Es ist auch nicht super sexy, gebe ich zu, aber was soll's, c'est okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.